Herzlich willkommen bei Strachowicz.com, der Seite, die Sie weiterbringt. Vielen Dank, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit nehmen für dieses kurze Video. Kommen wir zum letzten Punkt, der ebenfalls für Network Marketing als Geschäftsform spricht, nämlich Marketing und Werbung. Traditionell müssen Sie auch hier wieder Geld in die Hand nehmen, um zu trommeln für Ihren Laden, für Ihr Produkt, für Ihre Dienstleistung. Und das kann schnell sehr teuer werden. Jede Woche müssen Sie eine Anzeige in Ihrem Blättchen veröffentlichen. Oder wenn Sie was Größeres machen, müssen Sie vielleicht sogar über Radio und Fernsehen gehen. Das kostet immenses Geld. Im Network Marketing arbeiten Sie mit der besten Marketingform, die es gibt. Mit der besten Werbeform, mit der wirksamsten. Nämlich der Mund-zu-Mund-Werbung. Einer erzählt es dem Nächsten. Sie arbeiten mit Leuten, zumindest am Anfang, zu denen Sie bereits eine Beziehung aufgebaut haben. Sie sprechen mit Menschen, die Sie eh schon kennen, die Ihnen vertrauen. Und mit denen reden Sie über Ihr Geschäft, über Ihre Produkte. Und so baut sich ein Kundenstamm auf und so baut sich Ihre Vertriebsorganisation auf. Die wirksamste Form, die es gibt. Das kennen Sie selbst. Vielleicht haben Sie in Ihrer örtlichen Zeitung, in Ihrem Blättchen, monatelang die Anzeige von dem Restaurant gelesen, der neue Italiener da Luigi. Und Sie nehmen das zur Kenntnis gehen, aber nicht hin. Eines Tages spricht ein Arbeitskollege sich darauf an und sagt, Hey, gestern waren wir bei da Luigi. Die beste Pasta, die ich je gegessen habe. Und so freundlich sind die Leute. Also es war ein wunderbarer Abend. Jetzt überlegen Sie sich wahrscheinlich wirklich, Ja, vielleicht sollte ich morgen mal mit meiner Frau oder mit meinem Mann dahin gehen. Mund-zu-Mund-Werbung wirkt mehr als alle anderen Werbeformen. Und genau das ist unser Business. Und durch das Vergütungssystem werden Sie dafür bezahlt. Die Werbekosten der anderen fließen bei Network-Marketing in den Karriereplan, in das Vergütungssystem. Und das ist übrigens nebenbei bemerkt der Grund, warum man hier wirklich so viel Geld verdienen kann. Das Geld ist da. Es wird eingespart bei der Werbung und kann deshalb in die Vergütung der Vertriebspartner fließen. Ich hoffe, ich habe Ihnen hier nun ein bisschen Material gegeben für Ihre Gespräche mit potenziellen Unternehmern oder mit Menschen, die schon ein Unternehmen haben, aber sich nach einem zweiten Bein umsehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei waren bei strachowicz.com, der Seite, die Sie weiterbringt.